Guten Morgen oder guten Abend, wer kennt das nicht. Man liebt eine Person oder mehrere und man sieht sich nicht, weil man am anderen Ende der Welt wohnt. Und man schreibt sich SMS, man schreibt sich Whatsapp und man telefoniert miteinander. Und der Großteil der Gespräche läuft dann so ab. Und dann verzettelt man sich in die ein oder andere Gegebenheit, die der andere eben erlebt hat. Und dann reflektiert man darüber. Aber ich hatte ja eingangs erwähnt, man liebt sich. Und wenn ich von Liebe rede, ist natürlich die echte Liebe gemeint. Die bedingungslose, besitzlose Liebe, die nur im Sein existent ist. Liebe ist Sein. Liebe kann nicht irgendwie gegriffen werden oder definiert werden, sondern Liebe ist. Und entsprechend kann sie nur im aktuellen Moment gelebt werden. Die Liebe. Wenn man aber miteinander redet und erzählt wie sein Tag war und sich im Denken in irgendeiner Weise verliert, dann lebt man die Liebe nicht. Und wenn man einen Menschen tatsächlich liebt und man lebt die Liebe nicht, dann wird ein neurologisches Netz im Gehirn gebildet im Umgang mit der anderen Person. Und das verhindert, dass man mit dieser Person tatsächlich die Liebe dann auch leben kann, wenn man sich wieder sieht. Weil man in diesem Denkschemas drin ist. Und das ist eine Gefahr. Aus meiner Sicht. Es ist so, wenn man sich begegnet, wenn zwei Menschen sich begegnen in der Realität, dann hat man auch relativ schnell, wenn beide sich lieben, das Phänomen der Kohärenz, das heißt diese energetischen Schwingungen der beiden Menschen, dass die sich sozusagen überlagern und dass die Wellen dann größer werden. Liebe ist nichts anderes als Energie, auch wenn es von uns vielleicht nicht messbar ist. Aber das hilft einfach zur Veranschaulichung. Und somit werden die Wellen dann sehr groß. Und dann kann man diese Liebe auch fühlen in dem Moment. Wenn man aber so weit weg ist und die Liebe nicht lebt, sondern redet von der Vergangenheit oder von der Zukunft oder von seinen Bedürfnissen, ich möchte jetzt gern bei dir sein und so, dann lebt man die Liebe nicht. Und dann kommt es auch nicht zur Kohärenz, sondern jeder schwingt und man informiert sich über seine Schwingung und ja, da passiert gar nichts. Daher denke ich, dass man den Mut haben sollte, sich nicht miteinander auszutauschen, nur wenn man sich liebt, sondern dass wenn echte Liebe im Spiel ist, dass man diese Liebe einfach präsent lässt, dass er einfach präsent ist und in Liebe ist. Und tatsächlich dann auch mit den Sachen, die im eigenen Umfeld passieren und die existent sind, und die mit einem auch gleich schwingen können, andere Personen oder die Natur, irgendwelche Energien, was auch immer, irgendwelche Zustände, dass man diese Liebe, die man auch zu der anderen Person spürt, dass man sie einfach gewähren lässt und dass man einfach auch in seinem Alltag diese Liebe nach wie vor spürt. Dass sie dann mit anderen sozusagen gelebt wird, finden viele als unangemessen oder unangebracht. Man liebt doch den einen. Bloß Liebe ist eben ein Seinszustand und man kann nicht die Liebe auf einen Menschen projizieren und sagen, man liebt ihn. Wenn man ihn auf eins projiziert, wenn man da fokussiert, man liebt nur ihn, dann würde das keinen Sinn machen, wenn man Liebe so definiert wie ich als Zustand. Wir alle auf diesem Planeten sind verbunden in Liebe. Wir alle haben, auch wenn es nicht messbar ist, nach meiner Überzeugung einen großen energetischen Zusammenhalt. Und bei manchen ist es so, dass man nicht gleich schwingen will. Und dann ist dieses Grundnetz der Liebe, dann wird das nicht kohärent, sondern man will nicht schwingen. Man schwingt unterschiedlich und das merkt man dann bei den Menschen wunderbar. Dann entsteht kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und passiert häufig bei Menschen, die der Liebe eine Form geben wollen, die Liebe definieren und sagen, das ist Liebe und mit dem Liebe und mit dem nicht. Und die das alles so ganz ganz in ihrem Denken ganz ganz klar strukturieren und definieren. Mit solchen Menschen schwingt da auch nichts. Wenn man aber Menschen findet, die tatsächlich diese Schwingung aufnehmen und dann auch wieder mit einem gemeinsam schwingen, dann kann man mit diesen Menschen lieben, schwingen, ohne dass das qualitativ irgendeine negative Bedeutung hat mit dem Menschen, den man nicht bei sich hat. und das zu leben und das gemeinsam zu leben, diese Liebe, gemeinsam im Sinne von allen beteiligten Personen, das ist etwas Wundervolles. Und das kann man unterstützen, indem man mit dem Mensch, der nicht zugegen ist, nicht über irgendwelche Trivialitäten, über irgendwelches, was erlebt wird oder sonst was, ständig redet. Klar kann man sich mal austauschen. Aber nicht ständig, jeden Tag mit dieser anderen Person redet. Man kultiviert so ein Verhalten, was nichts mit Liebe zu tun hat, also nichts mit dem Seinszustand, dass das über kurz oder so lange mit der anderen Person, ja, dass da keine, man nicht mehr die Liebe leben kann. Und es ist nicht so, dass man nicht auch im Telefon Liebe leben kann. Man kann die Akustik, das Reden, man kann das nutzen. Um in Schwingung zu kommen. Aber das sind dann halt eben keine Gespräche, wie ist es gelaufen und was hast du erlebt, sondern das sind dann halt, ja, einfach vielleicht lauter oder einfach etwas, was man fließen lässt in dem Moment, wo man, wie wenn man zusammen ist, dass man gerade etwas tut und das dann eben tut. Und der andere ist einfach nur dabei, ohne dass man darüber spricht, was man tut. Solche Dinge. Also es ist nicht so, dass man da ja nicht mit diesem anderen Menschen ja gar nicht mehr kommunizieren sollte oder dann möchte, wenn man das wie ich sieht. Sondern natürlich. Aber man sollte aufpassen, dass man dieses wertvolle Gefühl der Liebe und der einmal gespürten, ja, Kohärenz, also dass man gleich schwingt, dass man das nicht zunichte macht, indem man sich gegenseitig zuschwafelt mit irgendwelchen Dingen, die in der Vergangenheit gelegen haben oder die in der Zukunft liegen, sondern dass man, wenn man sich begegnet, dass man nicht bedeckt ist von dem neurologischen Netz, was einen dann wieder in dasselbe bla bla reinfallen lässt, wie bei den Gesprächen, sondern dass man sich einfach begegnet und wieder sofort im Sein ist. Und das wünsche ich mir für jeden Menschen, mit dem ich leider nicht zusammen sein kann, den ich liebe und das versuche ich auch umzusetzen. Gelingt mir nicht immer. Ich verfalle da auch da rein. Deswegen, ein Großteil meiner Videos passiert, kommt deshalb, weil ich selber die Problematiken bei mir sehe und euch mitteilen möchte. Ja, aber ich möchte daran arbeiten. Und das wollte ich euch heute mitteilen. Und ich bin gespannt, ob ihr das ebenso seht oder ob ihr das als essentiell empfindet, so denn ihr die Liebesdefinition von mir teilt. Wenn nicht, dann brauchen wir auch nicht darüber zu reden, weil dann ist etwas ganz anderes, wenn man eine monogame Beziehung führt, als wenn man sagt, meine Liebe ist besitzlos, meine Liebe ist frei, meine Liebe ist bedingungslos. Aber ob es, wenn ihr auch dieses Gefühl habt, dass die Liebe bedingungslos ist, dass es tatsächlich oft günstiger ist, nicht miteinander zu reden, wenn man auf Entfernung ist oder natürlich auch, wenn man gemeinsam ist. Aber wenn man da zu oft verfällt in die Vergangenheit, dann haben beide ein spirituelles Problem. Und da muss man daran arbeiten. Aber wirklich jetzt mal der Punkt, wenn man nicht gemeinsam verweilt, im selben Ort, ob es da vielleicht günstiger ist, einfach nicht miteinander zu reden. Ich bin gespannt. Bis morgen. Let's, vielen Dank. Ich bin gespannt. Baba Dienstchef Untertitelung des ZDF, 2020